Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott lässt dich nicht im Stich, auch wenn du denkst, er hört dich nicht. Viele Beispiele zeigen uns, dass folgender Bibelfers wahr ist. Und da heißt es, wirf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und das lesen wir in Hebräer 10, Vers 35. Vertraue Gott in deiner Situation. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen. Ja, welchen Namen trägst du? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Welchen Namen trägst du? Welchen Namen hast du? Und ich möchte nochmal Bezug nehmen. Vor einer Woche hatten wir über Jabez gesprochen. Und da lesen wir im gleichen Vers aber zuvor, in 1. Chronik 4, Vers 9. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jabez gegeben. Jabez heißt Schmerz, weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Ja, möchtest du Schmerz heißen? Es gibt so verschiedene Namen, die man nicht unbedingt sich selber wählen würde. Aber Schmerz, ich kann mir vorstellen, in der Schule hat es geheißen, da kommt der Schmerz. Guck mal, der Schmerz schafft es schon wieder nicht und so weiter. Ja, wir geben uns auch manchmal selbst den Namen. Ich bin krank. Ich bin ein Versager. Ich bin ein Schwächling. Ich bin ein Taugenix. Oder irgendwie sagt jemand oder hat jemand das zu dir schon gesagt und du trägst diesen Namen. Ich bin ein Taugenix. Und als Taugenix kommst du vor Gott und sagst, oh Gott, du weißt, ich bin ein Taugenix und so weiter. Welchen Namen trägst du? Der Jabez hat diesen Namen gehabt, aber hat nicht so gehandelt. Er hat zu Gott gebetet, erweitere mein Gebiet. Wir haben es letztes Mal gehört. Aber komm auch vor Gott, nicht als der mit dem Namen Versager, ich bin krank, ich bin Schmerz, ich bin Krebs oder was auch immer. Sondern komm als Kind Gottes, als Königskind im Gebet vor Gott und erlebe das. Ich sage es nochmal wie letzte Woche, wie es dann am Schluss heißt. Und Gott erhörte sein Gebet. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass wir die Namen, die uns gegeben werden von der Gesellschaft oder von der Verwandtschaft oder die wir uns vielleicht selber geben, Herr, dass das nicht unser Bestandteil ist, sondern wir sind, wenn wir Ja zu dir gesagt haben, ein Kind des lebendigen Königs. Und lass uns auch so beten, lass uns auch in dieser Perspektive leben und mit dir reden. Danke, Herr. Amen. Ja, Gott erhört Gebet. Und eine Frau bittet um Gebet wegen ihres Tinnitus. Und sie schreibt, seit Jahren finde ich keine Ruhe, habe keine Kraft mehr. Bitte beten Sie für mich, dass der quälende, laute Tinnitus aufhört. Durch das laute Fiepen bin ich nur unter Druck und Stress. Das schmerzhafte Hautausschlag kam. Ich kann nicht mehr. Bitte beten Sie, dass das aufhört. Und Jesus, du kennst diese Frau, die andauernd diese Ohrgeräusche hat. Und wir entmachten jetzt diese Ohrgeräusche durch dein Blut. Danke, Jesus, dass du auch das besiegt hast am Kreuz. Und ich danke dir, dass diese Geräusche aufhören, dass du die Ursache beseitigst in dem Ohr oder was es auch immer ist. Und ich danke dir, dass auch dieser Hautausschlag verschwindet, dass die ganzen Zusammenhänge nicht mehr da sind, sondern dass du mit deiner Heilungskraft diese ganze Person durchströmst und heilst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau hat ein Gebetsanliegen für ihre Schwester. Sie schreibt, liebes Gebetsteam, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihren treuen Gebetsdienst. Heute möchte ich Sie um Gebetsunterstützung für meine Schwester bitten. Sie hat einen bösartigen Tumor im kleinen Becken und Darm. Vielen Dank für Ihr Gebet und liebe Grüße. Und Jesus, du kennst auch diese Frau mit diesem Krebs, mit diesem Tumor im Becken und auch im Darm. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass diese Zellen, diese Zellen, die da nicht hingehören, dass sie eintrocknen und dass sie verschwinden. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der Wunder tut und dass du auch diesen Tumor beseitigen kannst und auch diesen Darm wieder heilen kannst. Danke, Jesus. Wir vertrauen dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der eingreift, ein Gott, der hilft und ein Gott, der da ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an bis 13 Uhr heute und die Infos sind alle eingeblendet. Folgendes Gebetseinliegen eines Mannes erreichte uns. Bitte um Gebet für Beinedöme. Das sind Wasseramtssammlungen und Entzündungen in meinen Füßen. Ich bin seit 57 Jahren Diabetiker Typ 1 und da sind Entzündungen in den Füßen problematisch. Vielen herzlichen Dank für Eure Gebete. Danke, Herr. Du hast jetzt das Gebetsanliegen gehört und du kennst die Person in- und auswendig. Und ich danke dir dafür, Herr, dass auch wirklich Gesundheit hineinkommt in diesen Körper, dass diese Wasseransammlungen und diese Entzündungen verschwinden in Jesu Namen. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, Herr, danke, Herr, dass auch Diabetes für dich kein Problem ist. Ich danke dir dafür und danke, Herr, du siehst den Hilferuf und danke, Herr, begegne du dieser Person. Danke. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns mit der Bitte um Gebet. Bitte betet für mich, dass ich bald aus meiner Depression rauskomme und nie wieder eine erleben muss. Herzlichen Dank. Ich glaube, da sagen viele, oh ja, ich auch. Und dafür möchten wir beten und danke, Herr. Danke, Herr. Herr, schenke diesen Personen, Herr, wirklich eine ganz neue Perspektive. Herr, offenbare du dich in deiner Größe, in deinen Möglichkeiten. Ich danke dir dafür, dass die ganzen Sackgassen, das ganze Versagen, das ganze geht nicht mehr und das ganze, oh, ist das alles so schwierig, Herr, dass das verschwindet. Ich danke dir dafür, Herr, dass diese Menschen neue Perspektiven, neue Freude bekommen für ihr Leben und alles, Herr, was um sie herum ist. Ich danke dir. Amen. Amen. Und ein Mann aus der Schweiz schreibt uns von einer Heilung. Wir mussten einen ganzen Nachmittag Dämmmaterial schleppen, schreibt er. Am nächsten Tag hatte ich Schmerzen in der Hüfte, die zwei Tage später immer noch da waren. Isolde sprach in einer Sendung, dass sie den Eindruck hatte, dass jemand mit Gelenkschmerzen da war. Ich tat, was sie sagte und legte im Gebet meine Hand an diese Stelle. Ich spürte keine Besserung. Am nächsten Morgen war alles verschwunden. Dank sei Gott, der genialste, liebste und größte Vater im Himmel. Auch euch danke für euren Dienst. Ja, es ist wirklich ein großartiger Gott, den wir haben. Aus dem Norden Deutschlands kommt diese Gebetserhöhung. Vielen Dank für euer Gebet. Meine Lippen, die ganz wund waren, sind wieder heil. Ich kann wieder alles essen. Danke Gott für die Erleichterung. Ja, das ist wirklich eine Erleichterung, wenn man wieder alles essen kann. Gott verändert Herzen, wie diese Frau schreibt. Danke für eure wunderbare Arbeit. Ich habe gestern wieder ein Wunder erlebt. Mein Mann und ich waren bei meiner Schwester zu Besuch, die wirklich unter dem Gesetz leben. Es war anders als sonst. Meine Einstellung hat sich geändert. Ich konnte endlich ohne Hass und Wut mit ihnen am Tisch sitzen. Im Gegenteil. Ich freute mich darüber, dass wir zusammen waren. Der Heilige Geist wirkt. Gott sei Dank. Ja, und Gott verändert. Auch Einstellungen und Meinungen. Und er schenkt uns Liebe. Auch für Menschen, die anders denken als wir. Und Gott kümmert sich auch um Finanzen. Gott hat finanziell eingegriffen, schreibt da jemand. Die Garage hat gebrannt. Ich will seinen Namen preisen und danken für alles, was ich von ihm schon erlebt habe. Er ist mir sehr zur Seite gestanden. Ob im Auto oder auf der Straße. Ich kann nur danken. Wie wunderbar, wenn man das sagen kann. Ja, kannst auch du das sagen. Ich kann nur danken. Oder bist du vielleicht noch in dem Stadium? Ja, ich wünschte mir nur, danken zu können. Ich sage dir, danke auch schon, bevor es geschieht. Danke Gott, dass er es tut. Aber hast du was erlebt? Dann lass es uns wissen. Es ist so interessant für uns, das zu erfahren und hier in dieser Sendung vorzulesen. Und heute der Tipp, unter welchem Namen betest du wirklich zu Gott? Unter dem Namen deiner Not? Herr, ich kranker? Herr, ich krebskranker? Herr, ich diabetiker? Und so weiter. Ich versage. Oder Herr, danke, dass ich als dein Kind zu dir kommen darf. Dass ich deinen Namen Christ tragen darf. Wie wunderbar. Gott erhört dein Gebet. Gerne darfst du uns wieder deine Anliegen schicken, wenn wir für dich beten sollen. Und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, am Sonntag sind wir wieder für dich da. Sonntagmorgen um 10 Uhr Livestream oder YouTube. Und merke dir jetzt schon vor, am 18. September haben wir Gebetsnacht. Mal wieder am Tag, weil wir immer noch nicht mit Menschen Gebetsnacht vor Ort feiern können, weil sechs Stunden mit Maske ist unmöglich. Deshalb machen wir am 18. September um 14 Uhr Gebetsnacht circa sechs Stunden. Sei live im Online-Stream mit dabei. Oder wenn du möchtest, es wird abends um 22 Uhr wiederholt. Wir verabschieden uns nun von dir und wünschen dir eine gesegnete Zeit. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Schau doch mal vorbei.